Heute möchte ich euch mal ein Windlicht mit Ginster zeigen. Und zwar habe ich dafür ja hier so einen großen Glaskübel. Das kann auch mal ein Sektkübel sein, je nachdem, das ist vielseitig verwendbar. Und da stellen wir ein zweites Glas rein. Das passt hier ganz wunderbar rein. Und dann kommt hier eine große Kerze rein zum Schluss. Und vorher möchte ich aber hier diesen Rand, der ja dann noch frei ist, möchte ich gerne mit euch mit Ginster füllen. Also ich finde, das passt halt sehr schön hier rein. Müssen wir unten schön ordentlich abschneiden. Und dann packen wir den hier rein. Das ist nochmal so eine Deko, sage ich mal, vielleicht für den Februar. Nachher hier oben vielleicht noch ein bisschen ab, was da so übersteht. Gucken wir gleich mal, wie das aussieht. Ja, kann vielleicht auch so ein bisschen schräg hier drin stehen. So sieht es jetzt mal von Namen schon mal aus. Finde ich schon wirklich ganz schön. Und jetzt schneide ich aber hier oben die noch ab, die hier so überstehen. Die können dann eigentlich ja da noch mit rein. Ruckeln wir das hier noch ein bisschen zurecht, so dass es überall gleichmäßig verteilt ist. Ja, dann kommt natürlich hier außenrum in den Kreis noch ein bisschen Wasser, damit das auch möglichst lange hält. Ich denke, so ein bisschen reicht dann schon. So, dass ihr das hier nochmal seht. So sieht es aus. Ja, und dann stellen wir hier in die Mitte die Kerze rein und zünden sie an. Ja. So sieht es aus. Wollte ich euch mal zeigen. Und da kann man natürlich auch, ja, wer jetzt, ich mag Gänster auch sehr gerne, gerade jetzt zu der Jahreszeit, ja, da passen natürlich alle möglichen Gräser rein. Also das müssen schon, je nachdem wie groß das Glas in der Mitte ist, müssen es natürlich schon ein bisschen kleinere, zartere Blüten sein und kleine Ästchen. Eine schnelle Deko, ein schönes Windlicht für das Frühjahr, für Februar, für März, je nachdem, was ihr da außen rein macht. Viel Freude dabei. Ciao und bis zum nächsten Video am nächsten Samstag um 8 Uhr.